Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Thomas Reis wünscht sich mehr Geschwindigkeit auf den Flügelpositionen. Ein bis zwei neue Spieler sollen ja dort kommen und dort gibt es nun auch deswegen ein Update zur Personalie Jordan Larson. Denn nach wie vor gilt Tim Skake als Top-Kandidat für unsere rechte Flügelposition. Er soll von Union Berlin per Laie kommen. Aktuell geht es wohl vor allem auch noch darum zu klären, ob man ihn dann auch im Sommerfest verpflichten kann. Zudem plant auch Schalke laut der Bild-Zeitung mit Soichiro Kozuki, ihn eben aus der U23 hochzuziehen und in der Rückrunde mit einzuplanen. Logischerweise sind auch deswegen weiten Abgänge möglich. Und Jordan Larson gilt als heißester Kandidat für einen Abgang im Winter. Das spekuliert zumindest die Bild-Zeitung. Und ich denke mal, dass es so sein kann, ist durchaus realistisch, weil über die Personalie Larson wurde ja auch schon viel diskutiert. Dass dies aber jetzt schon feststeht, glaube ich, eher weniger. Ich glaube, Larson wird auch schon, trotz vielleicht auch möglicher Neuzugänge im Laufe des Januars, noch ein paar Chancen bekommen. Vor allem natürlich im Training, aber auch in den weiteren Testspielen. Und danach wird man dann sicherlich auch entscheiden, wie es mit dem Schweden weitergeht. Dass man nicht zufrieden ist mit ihm, ist sicherlich klar. Dass er selber sicherlich auch nicht zufrieden ist, ist logischerweise natürlich auch gegeben. Aber natürlich ist auch eine Geschichte klar. Jordan Larson ist ein sehr, sehr begabter Fußballer, der es eben im besten Falle nur zeigen muss, was er kann. Und dann hätte man natürlich auch einen richtig guten Spieler. Im Freunderspiel gegen Rapid Wien hat er ja auch mal auf einer der beiden Achterpositionen gespielt. Da hat er auch ein Tor sehr, sehr schön vorbereitet. Vielleicht möchte ihn auch Thomas Reis dort einplanen. Je nachdem, wie lange zum Beispiel an Rodrigo Salazar noch ausfällt, um einfach dort eine gewisse Kreativität zu haben. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass Larson Schalke zwingend verlassen muss, wenn Skarke kommt und Kuzuki hochgezogen wird. Ich denke mal, er hat durchaus die Chance, sich in den nächsten Wochen auch noch zu zeigen. Eure Meinung dazu, mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.